Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Wenn Sie da hinten, da hinten über die Brücke gehen, dann sind Sie gleich in der Altstadt Da ist ein Lokal am anderen Ach, danke schön Ja, diese Richtung dort Ja, gut, wissen Sie, wir sind ja nur auf der Durchreise Ist denn das ja das Schloss? Ja, das ist unser Schloss, astreines Barock Da könnte man doch ruhig anstrahlen, das machen andere Städte doch auch Ja, kommen Sie am besten nächstes Jahr wieder, dann lohnt sich der Aufwand Momentan sieht es nämlich noch ziemlich vergammelt aus, unser Pachtstück Ach, und jetzt wird es renoviert? Richtig, der Innenhof ist schon ganz eingerüstet, da wird bereits heftig gearbeitet Und soll das alles im alten Stil wieder hergestellt werden? Teilweise Also, die Seitentrakte werden genau nach den noch vorhandenen Plänen wieder hergestellt Aber die Front erhält einen völlig neuen, modern gestalteten Mittelrisaliten Und zwar aus getöntem Glas Donnerwetter, Sie sind aber im Bilde Nein, nein, ich meine, es ist sozusagen mein Job, nicht wahr? Ach, nee, sagen Sie bloß Sie sind Architekt? Nun, die Pläne stammen natürlich von einem, wie ich neidlos zugebe, größeren Kollegen Aber mein Büro ist mit der Ausführung betraut Ich habe die Bauleitung übernommen Und somit bin ich nicht ganz unschuldig an die, ich meine, doch noch wesentlichen Veränderungen des ursprünglichen Modells Ja, das ist ja wirklich ein Jammer, dass wir Sie nicht am Tage eingetroffen haben Dann hätten Sie ja eine Sonderführung für uns bei allen Städten Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wird hier Altes und Neues kombiniert Das ist völlig richtig Ein Großteil der alten Bausubstanz bleibt erhalten Und wenn Sie nächstes Jahr wiederkommen, werden Sie bestimmt bestätigen, dass die verschiedenen Baustile hier eine Symbiose eingegangen sind Die völlig überzeugt sind Toll, also dann, bis in einem Jahr Ja, war nett, das regere ich mich Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend Ja, danke schön, Ihnen auch Du Paula, wo bist du denn? Papi, bist du los? Wer denn sonst? Oder macht deine Mutter etwa immer noch Überstunden? Nein, ich bin eine ganze Weile da Tja, und warum schläfst du nicht in diese Zeit? Du wolltest doch noch unseren Drachen angucken Ich habe die Schwänzer am Montieren Alexander, bitte, es ist fast elf Ja? Papi, wie viel soll ich denn darüber reden? Mama und Opa verstehen doch rein gar nichts von Drachen Morgen, mein Junge, ich hatte einen schweren Tag Also gut, morgen musst du früh nach Hause kommen, ja? Dass wir noch auf die Wiese rausfahren können und den Drachen steigen lassen Versprochen Und jetzt ab ins Bett Und schlaf gut, komm, mein Junge Du auch, Papi, gute Nacht Gute Nacht Gero, du, ich habe dich gar nicht kommen, Herr Guten Abend Guten Abend, Gero Es gibt was, Dieten Guten Abend, Vater Guten Abend Ich habe keinen Hunger Hast du schon was gegessen? Ich sage doch, ich habe keinen Hunger Also, gute Nacht dann Ich gehe jetzt schlafen Gute Nacht, Vater Aber du wolltest doch die Platte noch zu Ende hören Vater Dein Vater Dein Vater legt eben keinen Wert auf meine Gegenwart, Helmer Bitte, fang mich schon wieder so an Ich würde euch nur bitten, einmal darüber nachzudenken, ob es für den Junge nicht gut wäre, wenn die Familie in diesem Haus auch gelegentlich zusammen zu Abend essen würde Vater Also, sage doch gleich, was dir wieder auf der Zunge liegt Ich verdiene eben zu wenig Und deswegen musste meine Frau nicht nur ihre vielversprechende Karriere als Leichtathletin aufgeben, um wieder eine Arbeit annehmen zu können Nein, sie muss sogar Überstunden machen Das wolltest du doch sagen Nein, das kommt doch selten genug vor, Vater Ich habe auch nicht von dir gesprochen, Helmer Und dass ich in meinem Beruf den Bleistift auch nicht um fünf fallen lassen kann Das scheint weder meine Frau noch mein Schwiegervater zu begreifen Gero, es ist jetzt 11 Uhr Ja, ja, das weiß ich Ziemlich feucht in eurem Büro, eh Deine berühmte feine Nase, Vater Na und? Dass man nach einem anstrengenden Arbeitstag noch einen Schluck trinkt, ist dagegen was einzuwenden? Na ganz und gar nicht Und? Wie kommst du voran mit deiner Turmhalle? Vater Und ich sage es dir nochmal und zum hundertsten Mal Ich habe die Bauleitung am Schloss aus eigener freier Entscheidung abgelehnt, abgelehnt, jawohl Aber du willst es ja so hinstellen, als wenn mir der Chef das nicht zugetraut hätte Und deine Tochter denkt genauso Also das ist einfach nicht wahr, Gero, das weißt du ganz genau Wie dem auch sage Jemand muss sich ja auch um den Turmhallenbau kümmern Jawohl, jawohl Lieber für Toilettenhäuschen verantwortlich sein, als für diese Schlossmisere Seine Kulturschande Die ganze Branche lacht sich tot über dieses Monstrum von einem Mittelrisalitten Der aussieht wie der Schacht für einen Lastenaufzug Nein, danke Daran soll sich ruhig der Kollege Pauli die Finger schmutzig machen Wie ich höre, hält Furker aber doch große Stücke auf Pauli Ein Mann mit eigenen Ideen Also wenn du wieder darauf anspielen willst, dass ich meinen Job nur der Tatsache zu verdanken habe Dass du mit dem Vater meines Chefs ungezählte Wenn du die ungezählte Schachtpartie gespielt hast und wenn Furker behauptet, dass er Pauli bei der Vergabe der Bauleitung mir vorgezogen hat Dann ist das einfach eine Lüge Jawohl, eine Lüge Papi Alexander Ich hab dir doch gesagt, es ist nach Elfer Verdammt nochmal Ich hab noch Durst und außerdem stimmt es, was Papi sagt Als uns neulich mal rumgeführt hat im Schloss Da hat er ja gesagt, dass er das alles ganz anders machen würde Ja Dass er überhaupt keine Lust hätte, das schöne alte Schloss so zu verschandeln Aber natürlich, Alexander, das wissen wir doch Aber nun komm schon, du musst wirklich ins Bett Lass mich los, Opa Papi soll mich bringen Mach ich ja, mein Junge Komm, auf geht's Gute Nacht Gute Nacht Du solltest auch zu Bett gehen, Elmar Du siehst sehr müde aus Vater Warum musst du jedes Mal damit anfangen? Entschuldige, ich Sollte mehr Rücksicht auf deine Gefühle nehmen Das tut mir leid Meine Gefühle, darum geht es doch überhaupt nicht Das ist das Einzige Worum es mir geht, Elmar Das Einzige Morgen Guten Morgen, Herr Vorka Pauli noch nicht nach Nein, vielleicht ist er auf der Baustelle Was, der soll sofort zu mir kommen, wenn er auftaucht Herr Vorka, ich habe heute einen Termin wegen der Installation Wir hatten doch noch nicht entschieden Ach, Mann, Lambert, lassen Sie mich jetzt mit der Turnhalle in Frieden Das werden Sie doch wohl noch in eigener Regie zustande bringen Bitteschön Herr Vorka Also bloß keine Panik, Sägerin, was brennt denn? Gottes Willen, der Pauli Der Poli hat eben angerufen Sie haben den Pauli gefunden Der Krankenwagen ist schon unterwegs Und die Polizei Was ist los? Pauli ist offenbar vom Gerüst gestürzt Die Bauarbeiter haben ihn gefunden Tod? Frau Säger, ist er tot? Ich sag doch, der Krankenwagen Aber schwer verletzt, sagt Herr Poli Also das hat uns gerade noch gewählt Dann habe ich also doch recht Er ist erst noch auf die Baustelle gefahren heute früh Ja, aber wieso denn? Es war abgemacht, dass er heute Morgen hierher kommt Dass wir dann mittags zusammen rausfahren Der Poli sagt, sein Auto steht in der Prinzenstraße Gleich am Schloss Das Auto von Pauli, mitten im Halbeverbot Ja, vielleicht wollte er nur auf einen Blick Auf einen Blick und steigt aufs Gerüst Blödsinn Das muss gestern Abend schon passiert sein Pauli führt doch fast jeden Abend noch zur Baustelle Ja, das wissen wir doch Der kann sich ja nicht trennen von seinem Schloss Und abends nach acht Da darf man doch noch parken in der Prinzenstraße, oder? Dann hätte er die ganze Nacht schwer verletzt Schrecklich, sich das vorzustellen Vielleicht hat er noch um Hilfe gerufen Aber da am Schloss, da kommt ja abends spät kaum einer vorbei In welches Krankenhaus hat man ihn gebracht? Na, ich nehme doch an ins Städtische Gut, ich fahre sofort hin In einer Stunde bin ich zurück, falls jemand nach mir fragt Ja, wer macht dann jetzt die Bauleitung, Herr Vorfeld? Ja, das werde ich schon noch entscheiden Ein verdammtes Pech Ausgerechnet jetzt, wo wir sowieso in Druck sind Ausgerechnet jetzt? Ich bin seit 30 Jahren in diesem Büro Ich habe noch nie erlebt, dass irgendein Vorhaben mal nicht unter Zeitdruck stand Ach, nee Und ich dachte, unter meinem alten Herrn wäre alles viel besser gelaufen als bei mir So jedenfalls höre ich es doch immer von Ihnen, Sägerin Also so direkt habe ich das bestimmt noch nie gesagt Ja, so direkt nicht Also, bis später Grüßen Sie Pauli vor mir, ja? Ganz her Auch von mir, auch von mir bitte So ein Unglück Wir müssen seine Frau benachrichtigen Bloß wie? Die ist doch zur Kur Pauli hat mir noch gesagt, wo? Aber wo war das bloß? Können Sie sich nicht erinnern? Herr Lambert Wie? Ich? Paulis Frau Die macht eine Kur Aber wo? Keine Ahnung Mit mir hat er nicht darüber gesprochen Ich weiß nur, dass Paulis Töchterchen zusammen mit der Kleinen vom Chef in einem Kinderheim ist So Ach Gott, oh Gott Was ist das denn alles? Wenn ich mir vorstelle, was da jetzt auf der Baustelle los ist Und die Polizei Wann die jetzt noch anfangen, in den Kasematten rumzusteuern? In den Kasematten? Wieso das denn? Hm? Ach, nee Ich bin auch schon völlig durcheinander Meinen Sie, die Kasematten im Schloss hängen? Nichts Ich, nicht doch Ich weiß auch nicht Wie ich da jetzt drauf komme Ich muss jetzt rüber ein Zeichen sagen Den anderen Bescheid zu sagen Er kommt nicht durch, Papa Lauf, Alexander Du musst laufen Ich weiß nicht Warum klappt das nicht? Du lass mal nicht gleich den Kopf hängen Du hast doch gesagt Dass er richtig ist, unser Drachen So statisch oder so Natürlich ist er richtig Goldrichtig Meinst du denn Das wäre der erste Drachen Den ich in meinem Leben gebastelt habe Pass mal auf Jetzt versuche ich es Papa Ja? Du, weißt du Auch wenn er nicht hoch geht Ich finde es trotzdem echt stark Dass wir beide hierher gefahren sind Wir beide allein Das finde ich auch Echt stark So, also Auf, auf Die große Drachenshow beginnt Ja Er kommt Super Spitzel Ja Mama Was machst du denn hier Und der Herr Furker Dann ruf Papa zurück Schnell Mach schon Wieso denn Und will gerade so schön dabei sein Gero Komm bitte Schnell Na junger Mann Tollen Drachen hast du da Haben wir zusammen gebaut Dein Vater und ich Ja was ist denn los Helmar Lass es dir Ich will nicht unbedingt sprechen Was? Ich bin mit ihm hierher gefahren Es war so schwer zu erklären Wo ihr seid Vielleicht will er Vielleicht gibt er dir jetzt Die Bauleitung Gero Meinst du? Ah Na abend Herr Furker Doch hoffentlich keine Schlimmen Nachrichten über Pauli Nein Nichts Neues Mein Arzt allerdings Mit dem ich über den Fall Gesprochen habe Der meint Bei so einer Kopfverletzung Ja der wird wohl nicht mehr Was er mal war Der Pauli Tu lieber Gott Aber ich komme aus einem Anderen Grund Die Polizei war bei mir Die Polizei? So Junior komm Zeig doch mal Was dein Drachen kann Ich habe keine Lust allein Nun geh spielen Alexander Hörst du Papa Darf ich nicht warten Bis du wieder mitmachen kannst Die Polizei Die will doch nichts von dir Oder? Jetzt geh endlich Lass ihn doch Alexander Es ist alles in Ordnung Mein Junge Weißt du Die Polizei war sicher Wegen des Unfalls Bei Herrn Furker Ja wie man es nimmt Jedenfalls ist eine Merkwürdige Geschichte passiert Die Meldung über den Unfall Ist am Radio gebracht worden In den regionalen Nachrichten Ja Und daraufhin haben sich Zeugen gemeldet Zeugen? Ein paar Touristen Also Fremde jedenfalls Aha Die haben die Nachricht im Radio gehört Und sind zur Polizei gegangen Touristen Sagt Ihnen das was Lambert? Äh Mir? Nein Wieso auch? Also Sie waren gestern Abend Nicht am Schloss? Ja was sollte ich denn da? Nun diese Leute sind gestern Abend Genau um neun Uhr Am Schloss vorbeigekommen Sie haben gerade die Turmohrschlagen hören Da sind sie mit einem Mann Ins Gespräch gekommen Der behauptet hat Er habe die Bauleitung Am Schloss Projekt Also Pauli Das war doch dann Pauli Ja das dachte ich natürlich auch Und die Polizei ist auch erstmal davon ausgegangen Aber dann wollten Sie sich wohl doch Vergewissern Jedenfalls haben Sie mir die Beschreibung Des Mannes vorgelegt Die die Touristen gegeben haben Ach was können die schon groß beschrieben haben Am Schloss ist es doch stockdunkel Ich meine wir haben ja schließlich Selbst vom Büro aus eine Eingabe gemacht Dass da eine bessere Straßenbeleuchtung nötig wäre Immerhin haben Sie so viel gesehen Dass Sie sagen konnten Der Mann sei mittel groß gewesen Schlank und habe volles Haar gehabt Na Und Pauli ist nun mal ziemlich klein Und hat ne Halbglatze Außerdem trug der Mann eine Brille Wie sie Lambert Sie doch auch als Frau Misch dich bitte nicht ein Alexander Und noch etwas haben die Touristen gesehen Zwei hintereinander parkende Autos In der Prinzenstraße Direkt vor dem Seitentor Eines davon eine kleine Ente Wie Pauli sie fährt Von dem anderen konnten Sie nur sagen Dass es ein großer Heller Wagen war Ach und jetzt meinen Sie Weil ich einen großen Hellen Wagen fahre Ein Mercedes Das ist ein uraltes Auto Mein Vater hat ihn uns überlassen Als er das Autofahren aufgegeben hat Außer meinem wird es ja vermutlich Noch ein paar große Helle Wagen in dieser Stadt geben Sie kennen doch sicher die Rote Irma Die Zeitungsverkäuferin Die mir abends durch die Kneipen geht Er hat sich ebenfalls bei der Polizei gemeldet Ist auch gerade als die Turmo geschlagen hat Am Schloss vorbeigekommen Was für ein Zufall Auf ihrem Fahrrad Als er eine Gruppe von Leuten stehen sehen Sagt sie Also wahrscheinlich die Touristen Und diesen Unbekannten Der behauptet hat Unser Bauleiter zu sein Und die ist überzeugt Dass das große helle Auto Ein Mercedes war So Lambert Und jetzt rücken Sie damit raus Wenn Sie doch da waren Die Polizei hat mich nämlich gefragt Welche Wagen meine Angestellten fahren Und wenn ich die Sache richtig sehe Werden die heute Abend noch zu Ihnen kommen Und Bodenproben von Ihren Autoreifen abnehmen Der Bausand Der vor dem Schloss In der Prinzenstraße herumliegt Ist ja unverkennbar Mein Mann war gestern Abend In einem Lokal, Herr Pocker Er hatte getrunken Als er nach Hause kam Das kann ich bestätigen In dem Lokal kann er ja auch Später noch gewesen sein Lambert Warum wollen Sie es denn nicht sagen Ist mir doch völlig schnuppe Ob Sie sich die Bauleitung An den Hut gesteckt haben Ich will nur wissen Was Sache ist Wenn das ich mittelgroß bin Und eine Brille trage Das hat die Polizei ja auch Zur Kenntnis genommen Aber ich, verdammt nochmal Ich war nicht da Heißt das alles Heißt das alles Die Polizei vermutet Dass es Dass es kein Unfall war Dass jemand Pauli Runtergeschubst hat Jetzt halt bitte endlich Den Mund, Alexander Halt den Junge nicht so an Dann sorge du doch dafür Dass er sich nicht dauernd einmischt Auf dich hört er ja Frau Lambert Nun mal ganz ruhig Ruhig Meinst du, ich merke nicht Was hier gespielt wird Jemand will meinem Mann Etwas anhängen Aber das lasse ich nicht zu Das lasse ich nicht zu Mein Mann war nicht am Schloss Das haben Sie doch gehört Die Polizei wird nicht lockerlassen Frau Lambert Die schließen nämlich nicht aus Dass es möglicherweise Kein Unfall war Dann soll die Polizei Doch in dem Lokal nachfragen Da wird man sich An Gero erinnern Mein Gott Lassen Sie uns doch endlich in Ruhe Lambert Wenn die Polizei Ihre Autoreifen Untersuchen würde Ja Ja Also gut Ich war am Schloss Keo Ja Du warst da Ich bin zufällig Da spazieren gegangen Und Und habe mich Auf das Gespräch Mit den Touristen eingelassen Na also Ja, aber mehr weiß ich Doch auch nicht Herr Gott noch mal Der Schrei Den müssen Sie doch gehört haben Welchen Schrei Die rote Irma Die hat ihn gehört Als sie vielleicht 100 Meter vom Schloss entfernt war Ganz deutlich Ein Schreien Sie hat noch überlegt Kehrst du um Aber dann dachte sie Das ist wahrscheinlich eine Schlägerei Misch dich nicht ein Finde ich aber feige Feige ist das Kommt Das war schon richtig Eine Frau allein Haben denn die Touristen Etwas gesagt über einen Schrei Offenbar nicht Die haben sich unterhalten Während sie weitergingen Aber Sie, Lambert Sie müssen es einfach gehört haben Aber ich bin gleich Nach dem Gespräch Mit den Touristen weggefahren Das habe ich Ihnen doch gesagt Lambert Irgendetwas stimmt da nicht Sie parken Ihren Wagen Direkt hinter Paulis Ente Die kennen Sie doch Die müssen Sie erkannt haben Zumal Sie ja wissen Dass Pauli abends Oft noch zur Baustelle gefahren ist Und Sie wollen mir weismachen Sie werden weggefahren Ohne sich bei Pauli Sie bemerkbar gemacht zu haben Das nehme ich Ihnen einfach nicht ab Da geht man doch rein Und ruft wenigstens mal Es war schließlich schon ziemlich spät Aber nicht zu spät Für ein paar Bier in der Kneipe Ehrlich gesagt, Lambert Das Ganze sieht mir so aus Als hätten Sie den Hilfeschrei gehört Und ab durch die Mitte Sowas würde mein Vater nie tun Lambert Was ist gestern Abend Am Schloss passiert Sie müssen den Schrei Einfach gehört haben Also gut Ich war im Schloss Bei Pauli Nachdem Sie den Schrei gehört haben Nein Ich bin ins Gebäude Und habe gesehen Dass Pauli da Im Innenhof mit seiner Taschenlampe Auf dem Gerüst stand Und Ich bitte dich überleg Was du sagst Ja was soll ich denn sagen Ich Ich sag wie es war Ich habe gerufen Hallo Oder guten Abend Oder sowas Naja und dann Er gab ein Wort das andere Es ist Ihnen ja sicher nicht entgangen Dass ich mit Pauli Nicht im besten Einvernehmen bin Und schließlich Lass ich mir auch nicht alles bieten Also ich bin rauf Aufs Gerüst Wollte ihn zur Rede stellen Und da holt er aus Ich sehe seine Rechte kommen Aber nein mein Freund denke ich Meine Linke ist auch nicht Von schlechten Eltern Mensch Papa Echt stark Alexander Also Sie haben sich Auf dem Gerüst geprügelt Ja und dann Als Pauli gestürzt ist Das habe ich eben nicht mitgekriegt Anscheinend hat er mich doch noch erwischt Ich habe keine Ahnung Wie ich vom Gerüst runtergekommen bin Er ist in der Kneipe nachher Da hatte ich wieder einen klaren Kopf Aber wie konnte ich denn annehmen Ich dachte doch der Pauli Der liegt längst zu Hause im Bett Dein Drachen Alexander Ich denke wir fahren jetzt nach Hause Guten Morgen Herr Lambert Ja Hat er überhaupt noch gemeldet Und wie ihn mein Kollege Ja gestern schon gleich am Telefon sagte Möchten wir heute Morgen Mit Ihnen an Ort und Stelle Die Vorgänge rekonstruieren Natürlich Aber Wissen Sie wie es Pauli heute geht? Und verändert so viel ich weiß So Und jetzt zeigen Sie mir mal Wo und wie sich Ihr Zusammentreffen Mit Pauli abgespielt hat Tja gut dann Am besten ich gehe mal vor Also Also hier Durch das Seitentor Da bin ich reingekommen Eine Taschenlampe hatten Sie dabei? Nein Na da hatten Sie aber Glück Dass Sie sich nicht mit Fuß verstaucht haben Was da alles rumliegt Ich war natürlich vorsichtig Tja Und Da sah ich dann das Tassenlampenlicht von Pauli Da oben auf dem Gerüst Wo genau stand Pauli denn? Hier auf der linken Seite? Nein Nein, nein Da auf dem rechten Gerüst Und dann? Ja, dann habe ich gerufen Hallo Oder irgend sowas Inspektor Inspektor Werra Ja, was ist? Kommen Sie bitte mal Anscheinend eine Nachricht für mich Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick, Herr Lambert Aber natürlich Herr Lambert Herr Lambert Frau Secker Was machen Sie denn hier? Ich musste sprechen Ihr Schwiegervater sagte, dass Sie wahrscheinlich hier sind Ich kann jetzt nicht Nur einen Augenblick, Herr Lambert Herr Lambert Kommen Sie bitte Bis später, Seckerin Ich kann jetzt wirklich Ist es etwa Polizei? Polizei Ja, Herr Inspektor Herr Lambert Es hat sich da eine neue Situation ergeben Es tut mir leid Aber ich muss Sie bitten, mich aufs Kommissariat zu begleiten Tod? Ja Heute Morgen Die Operation hat er noch überstanden Aber dann Tja Oh mein Gott Ich komme also noch mal auf Ihre telefonische Aussage zurück Sie hatten, wie Sie sagten, eine Auseinandersetzung mit Pauli? Äh Also, Herr Kommissar Ich Ja Genau Und zwar, er hat mich angegriffen Es war ein ganz unglückseliges Zusammentreffen Ich kann wirklich nichts dafür Es ist Es ist einfach schrecklich Herr Lambert Pauli ist tot Das heißt, wenn jemand Wenn Sie uns auf eine falsche Fährte lenken wollten Dann liegt die Schlussfolgerung nahe Dass es sich eben nicht um einen Unfall gehandelt hat Sondern Nein Dass Sie Ihren Kollegen Pauli in voller Absicht Um Gottes Willen Nein Es war doch alles ganz anders Ich höre Also, Herr Kommissar Ich habe meine telefonische Aussage gestern Abend nur gemacht Bei meinem Chef Theo Furka Er stand neben mir Er hat verlangt, dass ich die Polizei anrufe Das wissen wir doch Sie hatten ihm ja von Ihrem Zusammenstoß mit Pauli erzählt Allerdings erst auf seinen Drängen hin Nur, dass Sie ihm wohl nicht die ganze Wahrheit gesagt haben Ich habe überhaupt nicht die Wahrheit gesagt Ich habe nichts Überhaupt nichts mit der ganzen Sache zu tun Ich habe keinen Schritt ins Schloss getan Ich habe Pauli weder gesehen noch gesprochen Sie wollen behaupten, Sie hätten an Furka gegenüber von einer Prügelei berichtet Die gar nicht stattgefunden hat Mein Gott, er hat mich in die Enge getrieben Es war doch klar, dass ich den Schrei gehört haben musste So wie alles aufeinandertaste Die Aussagen der Zeugen Die Zeit Die Turmuhr Die Furka mir das alles um die Ohren schlug Ich musste ja da gewesen sein Ich musste den Schrei ja gehört haben Und wie er dann sagte Lambert Sie haben den Schrei gehört Und ab durch die Mitte Herr Kommissar Mein Sohn war dabei Meine Frau Ich konnte doch gar nicht zugeben, dass es wirklich so war Genau so Das konnte ich doch nicht zugeben Der Schrei Und ich Und dann allein mich hineintasten In das riesige dunkle Gemäuer Ich will immer was sagen Schon als Kind Schon als Kind hatte ich diese Panik vor der Dunkelheit Ja und dann Wenn ich ihn gefunden hätte Einen Toten vielleicht Ich Ein Toter und ich allein Und wenn du dich verletzt Dir das Bein brichst Und niemand hört dich Es war ja alles eine Sache von einer Sekunde Und dann Habe ich schon im Auto gesessen Das konnte ich doch nicht zugeben Vor meinem Sohn und vor meiner Frau Ich konnte das nicht Verstehen Sie denn? Ja warum waren Sie denn überhaupt am Schluss In dieser schlecht beleuchteten Straße Bei Ihrer Angst vor Dunkelheit? Nein Leute Es war doch nicht das erste Mal Wissen Sie, ich bin oft da Kennen Sie das nicht? Wenn man sich etwas so sehr gewünscht hat Wenigstens sehen Wenigstens ab und zu einmal sehen Sie können gehen, Herr Lambert Was? Sie glauben mir also? Wir haben inzwischen festgestellt Dass weder auf dem linken noch auf dem rechten Gerüst Fußspuren sind Die mit den ihren übereinstimmen Das heißt Das heißt Sie wissen also Sie wussten schon vor diesem Gespräch mit mir Auf dass Sie mich drei Stunden Drei Stunden haben warten lassen Sie wussten schon vorher Dass ich Dass ich es nicht gewesen sein kann Pauli hat eine Stirnwunde Die sich nicht Durch den Sturz zugezogen haben kann Die Wunde wurde durch einen Marplebocken verursacht Der sich wahrscheinlich aus dem Schadhaften Deckengewölbe Wie man ihn gelöst hat Ihn zwar nicht wesentlich verletzte Aber durch den Schock Den er verursachte Zum Versturz führte Also doch nur ein Unfall Und er schrie Schrie um Hilfe Und Sie haben es gehört Sie wissen, dass es ein Unfall war Und verhöre mich hier Wie einen Mordverdächtigen Fassen wir es so auf Herr Lambert Dass ich einen Mann Wie Sie Einfach einmal kennenlernen wollte Herr Lambert Endlich Frau Säger Sie schon wieder Ich habe die ganze Zweifel gewartet Über drei Stunden Ja warum denn hier Warum denn nicht im Büro Ich habe angerufen Dass mir nicht gut ist Dass ich später komme Ich hatte ja schon solche Angst Dass die mich festgenommen haben Sie haben sich um mich gesorgt Hören Sie mal Sägerin Es ist ja nicht nur das Es ist Herr Lambert Was denn jetzt Hat die Polizei Sie wegen der Kasematten ausgefragt Nein Nach diesem verdammten Kasematten Hat mich niemand gefragt Und Sie haben auch nichts erwähnt Ja was zum Teufel Hätte ich denn erwähnen sollen Dass es mir so rausgerutscht ist gestern Ich habe mir schon solche Vorwürfe gemacht Ich dachte wenn Herr Lambert nichts sagt Willen Sie mich jetzt nicht Endlich mal in Ruhe lassen Ach also meinetwegen Dann gehen wir gleich hier In die Pimpel Ja Ich muss unbedingt was trinken Drei Stunden haben die mich festgehalten Drei Stunden Ein Bier Und Sie Einen Kaffee bitte Ein Bier und einen Kaffee Und jetzt erklären Sie mir mal Warum Sie sich wegen dieser Dieser Kasematten so aufregen Sie versprechen mir auch Dass Sie es für sich behalten Haben Sie da vielleicht Eine Leiche vergraben Sägerin Herr Lambert Sie wissen doch Sie wissen doch Aber wenn man so lange zusammenarbeitet Da bekommt man doch eine Menge mit Also hat der alte Furker Seine Leiche in den Schloss Kasematten Mein Gott Sägerin Was für abgestammene Geschichten Wollen Sie mir denn auftischen Ja Dankeschön 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 Ich habe Ihnen ja schon gesagt Ich habe einen Vormittag hinter mir Den ich meinen Lebtag nicht vergessen werde Aber Sie müssen doch verstehen Warum Sie niemandem sagen dürfen Dass ich überhaupt von den Kasematten gesprochen habe Ich will doch nicht schuld sein Wenn der Name des alten Herrn Jetzt noch mit Dreck befreit wird Herr Lambert Ja Herr Lambert Ich weiß nicht Ob Sie schon mal davon gehört haben Dass im Schloss Gleich nach dem Krieg Die Dienststelle der Militärpolizei waren Also nicht unsere Natürlich die der Besatzung Ich habe mal sowas leutenhören Ja Und die Akten von dem Verhören Verstehen Sie Die waren später dann plötzlich Nicht mehr aushändbar Ach Und na wie ich schon sagte Man hört zu Dies und das Also Kurzum Ich glaube Jemand hat die Akten in den Kasematten eingemauert Was eingemauert? Jemand dessen Akte dabei waren So Sie waren zwei deutsche Ehemalige Offiziere Die gerade aus der Gefangenschaft entlassen konnten Nach Hause Hierher Und sie hatten doch nichts Keine Angehörigen Die Bevölkerung war evakuiert Und viele Häuser von den Besatzungssoldaten bewohnt Und Ja und was? Es war bestimmt nicht richtig Was sie getan haben Plündern Plündern? Mithilfe von ein paar Besatzungssoldaten Mit denen sie wahrscheinlich halbe halbe gemacht haben Geplündert In den Häusern der Evakuierten Aber Heute weiß ja niemand mehr Wie das war Man muss das doch verstehen Sie hatten ja nichts Sie mussten doch von etwas leben Sagen Sie mal Frau Secker Weiß der Chef Was da über seinen Vater Ans Tageslicht kommen könnte Wenn man Wenn man die zugemauerte Stelle In den Kasematten fände Ich habe mal gehört Wie er Krach mit Pauli hatte Ich glaube Pauli wollte Einen Umbau in den Kasematten vorschlagen Jedenfalls hat der Chef ihn angebrüllt Und da bleibt alles wie es ist Und da bleibt alles wie es ist So Frau Secker Ich weiß nicht was Ihnen da jetzt durch den Kopf geht Aber Die Polizei hat mir gesagt Es war ein Unfall Und ein Ein Meier Ein Fremdverschulden Ist vom Tisch Ach der Chef Meinen Sie Ich würde glauben Lieber Himmel Der Theo Forke Und einen Mord begehen Um die Familie Ehre zu retten Hat der doch nicht Der kommt nach seiner Mutter Hat sie aber ganz schön erwischt Damals Herr Gerinn Also Kommen Sie Wir müssen ins Büro Ach Sie kommen gleich mit Na wieso denn nicht Ich dachte nur Sie wollten vielleicht erstmal nach Hause Was nach Hause Mein Gott Und Ihnen muss ich doch nicht sagen Wie es auf meinem Schreibtisch aussieht Noch so, Siegero? Ich gehe doch mal rauf zu Alexander Lass ihn doch Es ist das erste Mal Dass er nicht zum Abendessen runterkommt Zwei in seiner Klasse haben Moms Vielleicht brütet er was aus Hast du Fieber gemessen? Ich mache es nachher Alexander hat weder Moms Noch eine andere Krankheit Und was wird mir hier verschwiegen? Dein Sohn Bitte Vater Ich sehe nicht ein Warum man nicht darüber sprechen soll Obwohl es mir leid tut Sehr leid Wenn ich gewusst hätte Dass Alexander gerade im Flur war Als ich telefonierte Wäre ich vorsichtiger gewesen Mit wem hast du telefoniert? Mit dem Kommissariat Ja, du wirst morgens zur Polizei bestellt Und dann lässt du den ganzen Tag Nichts von dir hören Helmar hat alle halbe Stunde Hier angerufen Ja, warum hier? Warum nicht im Büro? Was hätte ich sagen sollen Wenn du nicht da gewesen wärst? Hätte ich sagen sollen Ich weiß nichts von meinem Mann Ich bin seine Frau Aber er meldet sich nicht bei mir Also bitte Was hat Alexander mitgehört? Meine Reaktion auf das Was mir vom Kommissariat mitgeteilt wurde Was willst du eigentlich? Ich sitze hier Hat man mich vielleicht festgenommen? Nein Wegen unterlassener Hilfeleistung Wird man nicht gleich verhaftet Ach Das also Lass nur, Gero Er wird es vergessen Kinder vergessen schnell Kinder und Elefanten nie Es ist unzulässig Einfach unzulässig Dass die Polizei jedem x-beliebigen Am Telefon solche Auskünfte gibt Tut sie auch nicht Aber Hauptkommissar Vollmar Ist ein alter Bekannter von mir Du und deine alten Bekannten Ich habe diese Verbindung Lediglich ausgenutzt Um meine Tochter beruhigen zu können Beruhigen? Um wieder einmal Gelegenheit zu haben Mich vor meiner Frau zu blamieren Das war dir doch ein Fest Hör doch auf Es ist jetzt alles vorbei Was die Polizei anbelangt Ja Wie Gero vorhin sagte Ist man da ja jetzt wohl Von der Unfalltheorie überzeugt Trotzdem wüsste ich ganz gerne Warum du überhaupt Gestern Abend am Schloss warst Er hat es dir doch gesagt Er war spazieren Können wir jetzt nicht endlich Von was anderem reden? Dein Vater wird nicht aufhören Bis er dich so weit hat Und viel fehlt ja nicht mehr Die Montage einer Ehe Pöpö Und äh Falls du zu allem Was du mir vorzuwerfen hast Helmer Auch noch glauben solltest Ich wäre zu dickhäutig Um das zu bemerken Dann irrst du Bitte bitte Schweigende Tischhunde Bringt uns auch nicht weiter Also Themawechsel Warum war ich gestern am Schloss? Müssen wir uns denn dauernden Kreis drehen? Du brauchst spazieren 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 Und wenn es doch anders gewesen wäre Auf jeden Fall bist du nicht Aufs Gerüst geklettert Um dich mit irgendjemandem zu prügeln Als Alexander mir gestern davon berichtete Stolz Wie ein Spanier Da habe ich nicht eine Sekunde An diese Version geglaubt Ich behaupte ja auch gar nicht Dass ich auf dem Gerüst war Aber wenn ich Nun zum Schloss gegangen wäre Um Pauli von einem Vorhaben abzubringen Das uns alle in eine peinliche Situation Hätte bringen können Was kommt denn jetzt schon wieder? Zum Beispiel Um Pauli davon abzuhalten Dass er sich mit den Kasematten beschäftigt Womit? Den Kellergebäuden im Schloss Was meinst du Vater? Ich? Nun Wir wissen doch alle Dass Furker Senior Ein alter Bekannter von dir war Aber was soll denn das mit Spiro? Ich will es dir erklären Liebe Helmer Furker Senior War einer von zwei ehemaligen deutschen Offizieren Die sich nach dem Kriege Vor einem Militärgericht Der Besatzungsmacht zu verantworten hatten Und zwar wegen Tünderung Tünderung in den Häusern Ihrer evakuierten Landsleute Um sich an deren Eigentum zu bereichern Und die Akten über diese Vorgänge Waren dann eines Tages spurlos verschwunden Aber die Gerüchte hielten sich Dass irgendjemand Sie in den Kasematten eingemauert hat Es wäre also außerordentlich peinlich Wenn jetzt im Zusammenhang Mit der Schlossrestaurierung Diese Vorgänge ans Tageslicht kämen Sehr peinlich Nicht nur für Furker Junior Sondern mehr noch Für den anderen Beteiligten Der Wie ich überzeugt bin Noch am Leben ist Wenn du damit andeuten willst Dass ich dieser Andere bin Dann lass dir gesagt sein Ich habe Furker Senior Erst nach dem Kriege Lange nach dem Krieg kennengelernt Ich verbiete dir solche unerhörten Unterstellungen Gut, gut Wenn du es sagst Dann ist ja alles in Ordnung Ist dein ernst geglaubt Vater könnte sich an Plünderung beteiligt haben, Gero? Das kannst du dir nicht mal Für einen Augenblick angenommen haben Ich hatte ja auch nur vor Paulis Absichten in Bezug auf die Kasematten Zu eruieren Um Nun Um es dann Vielleicht so einrichten zu können Dass ich dabei bin Wenn etwas gefunden wird Wobei es mir vor allem darum ging Wirklich darum ging Einen möglichen Skandal Um deinen Vater Von dir, Helma Und dem Jungen Abzuwenden Es ist doch einfach lächerlich Seit wann warst du davon? Schon ziemlich lange Also abgesehen davon Dass ich nichts Gar nichts mit dieser Angelegenheit zu tun habe Abgesehen davon Dass ich bezweifeln möchte Ob diese Abenteuerliche Geschichte Mit eingemauerten Akten Überhaupt stimmt Ich gebe zu So viel Familiensinn Hätte ich nicht Bei dir erwartet Wer sind das jetzt noch? Ich gehe mal schnell Siehst du, Fad Das ist das jetzt Wenn du doch nur manchmal versucht hättest Ihn Ihn mit meinen Augen zu zeigen Ja, aber nur Eine Sekretärische Ach, ich störe gerade beim Essen Aber das tut mir aber leid Wir sind schon fertig Guten Abend, Herr Volker Guten Abend, Herr Blass Sie sehen aber blendend aus Wenn ich denke Dass wir derselbe Jahrgang sind Wie mein alter Herr Guten Abend, Frau Lambert Wollen Sie sich nicht setzen? Bitteschön Ja Nein, ich möchte mich eigentlich Lieber nicht setzen Weder Stuhl noch Getränke Ein Glas Wein vielleicht Auch nicht Ich wollte Ihnen nur schnell Die Pläne hier vorbeibringen, Herr Lambert Wiesen Sie sich ein Es gibt eine kleine Nachtschicht Nachtschicht? Tut mir leid Aber nach dem Wochenende Muss das wieder flott, flott gehen Am Schloss Am Schloss? Ja, gern Natürlich Ihre Tonhalle übernimmt dann Die kleine Winkelmann Das schafft die schon hin Ich bin spätestens um neun Auch am Schloss Und dann gehen wir alles Nochmal zusammen durch So Ja, und damit verabschiede ich mich Wollen Sie nicht Kochen Sie den Herrn Wein oder ein Bier Nein, kochen Sie den Herrn Gemahlen Topf Kaffee Frau Lambert Äh, ich werde Ihnen jetzt Keine Minute mehr Von der Arbeit abhalten Äh, aber schade Wollen Sie nicht wenigstens Meiner Tochter und mir Noch ein wenig Gesellschaft lernen Ja, bitte bleiben Sie doch Noch ein bisschen Ein andermal Jetzt muss ich wirklich los Ach, äh, ich hab nur noch Ein Anliegen, Frau Lambert Ihr Vater hat mir mal Irgendwann Wann haben wir bloß Zum letzten Mal Einen gezwitschert Herr Blas Was? Naja, äh, jedenfalls Da hat er erzählt Dass Sie so eine begeisterte Radfahrerin sind Immer per Drahtesel zur Arbeit Bei Wind und Wetter Den ganzen Tag Schwitzel Das ist ein guter Ausgleich Ich brauch das einfach Hildmann war immer Sehr sportlich Also kurzum am Wochenende Dachte ich Werden Sie vielleicht mal Radpause machen Mein Töchterchen Die will nämlich morgen Ins Grüne mit ein paar Freundinnen Ja, und ausgerechnet Jetzt ist hier Rad nicht in Ordnung Und da hab ich ihr gesagt Ich frage einfach mal Die Frau Lambert Vielleicht borgt sie Dir ihres Aber, aber Kern, natürlich Das einzige Problem Ist morgen das Einkaufen Das schaffen wir schon Ich gehe mit dir Und helfe beim Tragen Ja, also dann Vielen Dank Ich begleite Sie raus, Herr Furker Das Rad steht gleich Hinter Einfahrt Ja, sehr schön Bitte Also, äh, guten Abend Ja, kommen Sie gut heim Und vielen Dank für Ihren Besuch Bis morgen, Herr Furker Und? Was sagst du jetzt? Ich freue mich, Gero Das Schloss Ich Ich freue mich so Hast du sein Gesicht gesehen? Dein Vater? Jetzt wird alles gut, Gero Ich werde es euch zeigen Ihm und dir Mir? Oh, Gero Ich weiß doch, was du von mir denkst Ich spüre es doch Was hat er doch geschafft Du weißt gar nichts, Gero Helma Ich Ich habe nie aufgehört Ich Wolltest du sagen, dass du mich Immer noch liebst? Ja Ja, das wird ich sagen Komm, jetzt wein doch nicht Und jetzt koche ich dir den Topf Kaffee Ja, jetzt weg Hoffentlich kommt die Kleine zurecht Mit dem Fahrrad Wie alt ist sie denn? Ja, die ist zehn oder so Die ist, äh Moment mal, Moment mal Jetzt fällt mir etwas ein Also das verstehe ich nicht Was ist denn? Die Säger hat doch gesagt Die Kleine vom Chef ist zusammen mit der Tochter von Pauli in einem Kinderheim Aber Aber wieso hat er Hat er denn das Wort? Irgendetwas stimmt da nicht Ach, du hast dich veröhrt Nein, nein, nein Ich weiß genau, was die Säger gesagt hat Ja, und wieso hat er mir die Pläne nach Hause gebracht? Warum hat er denn nicht angerufen, dass ich sie abholen soll? Er wollte doch das Fahrrad Ach, das hätte ich ja mitbringen können Ob er vielleicht vermeiden wollte, dass wir erst zum Nachdenken kommen? Der Bausand von der Prinzenstraße vor dem Schloss ist doch unverkennbar Was? Hat er gestern noch gesagt Spuren an den Reifen Die Polizei würde sie finden Was stachst du mich so an? Ich frage mich, ob die Polizei ihn vielleicht vorgeschickt hat, das Fahrrad zu holen Wenn Furker denen etwas gesagt hat von dem Kassematten Wenn es gar nicht stimmt, dass sie an einen Unfall glauben Wenn sie nur verhindern wollten, dass ich dich vorwahr Wenn, wenn, wenn Ja, ja Spiel nicht den großen Detektiv Ich sage nochmal Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun Das sind uralte Geschichten, längst Vergessene Niemand kann mich verdächtigen Wie denn, wie bitte sollte ich überhaupt Fahrrad fahren? Ich mit meiner Knieverletzung Aber davon weiß die Polizei doch nichts Aber Furker muss es wissen Schließlich war sein Vater ja zusammen mit mir im Lazarett Vater Also doch Du hast Furker, Senior, nicht erst nach dem Kriege kennengelernt Aber ich war es nicht Ich habe diesen Pauli nicht Ich war nicht am Schloss Furker hat mir ja versichert Begraben bleibt, was begraben ist Und was war denn das auch so Und was haben denn andere gemacht Da sind doch ganz andere Sachen passiert Damals Ganz andere Du, ein Plünderer Ein gemeiner Plünderer Du, der Integre, Herr Blass Der Herr Blass ohne vielen Tage Stadtrat, Kirche und Komitee hier und Komitee da Du, an dem sich ein Gero Lambert doch nicht messen durfte Du hast es gewagt, Gero zu verachten Kaputter gemacht hast du uns mit deiner Selbstgerechtigkeit Kein Tag, an dem du es nicht verspüren lässt, was du von Gero hielst Wie kannst du so mit mir sprechen, wenn du nicht so verblendet wärst oder einfach nur zu stolz Dann würdest du zugeben, dass meine Kritik an deinem Mann berechtigt ist, immer berechtigt war Und wenn es so wäre, und wenn Gero ist mein Mann, mein Mann Aber du, du hast dich auf das Podest gestellt Hast dich als Maßstab aller Dinge aufgespielt Bis wir alle, bis ich mir nicht mehr zu helfen wusste Helma, ich habe für dich doch immer nur das Beste gewollt Alles hätte ich für dich getan Und was hast du für mich getan? Mein Fahrrad hast du ihm gegeben So, eigenhändig Mein Fahrrad Was soll das heißen, Helma? Helma Helma Gero, glaub mir Ich wollte es nicht Ich wollte ihn nicht töten, als ich den Steinbrochen nach ihm geworfen habe Ich wollte nur, dass er verletzt ist, dass er auswählt Deine Zeit lang Dass du die Bauleitung bekommst Dass du Vater endlich beweisen Mama Mama Der Junge Du, Gero Mama Du hörst doch Nach mir ruft er nicht Ich muss dich Vielen Dank.